Oh, ich hab den Chaos gefunden. Jemand schießt auf mich. Da hau ich lieber mal ab und hau mir ein Selfie rein. Selfie. So, besser. Ach, diese scheiß Turrets, die gehen so offen, Guys. Mach's das schon. Ach, ich muss wieder alles reparieren. Ich wollte jetzt grad mal was... Moch Zeug machen, ne? Hier, bauen und so. So, mach das. Kriegen wir auch gleich noch. Und kriegen 50 EP, hey. Braucht nur noch 450. Können wir schon wieder dabei sein. Mann, lass mich in Ruhe, Siberium. Nein. Mach mit das Siberium sichtbar hier. Mach's kaputt. So. Mini Raffinerie hat jetzt erstmal ein bissel C4 abbekommen von mir. Bringt's nicht so wirklich, ne? So, jetzt geh ich noch mal Stealth Trupper, mach da noch mal C4 dran. Und Mast Driver. Wo ist mein Mars? So, noch mal C4 holen. Und noch Nachschub an. Toll. Die Raffinerie. Ich würde ja mal gern irgendwo eine Mini Raffinerie bauen, aber die sind einfach irgendwo glatt. Das ist alles voll mit so scheiß Gegnern. Du kannst ja neben, neben die vom Gegner bauen. Ich weiß aber wo die ist. Oh, wer hat denn das jetzt schon wieder entschärft? Oh Mann. Die merken aber auch alles. Die Power-Ups aufnehmen und so. Da muss da halt nochmal was ran. Das ist die gegnerische Dingspunkt. So, neueste Türbe. Oh, da sind ja Türme. Ja, mehr als genug. Was ist es? Was willst du denn hier schon wieder? Oh, die Türbe lebt immer noch. Hä, wie? Achso, muss er hier Neues holen. Stimmt ja. Super, die brennen, aber sie gehen nicht kaputt, oder wie? Diesmal hatte mein C4 Erfolg. So, jetzt muss ich nochmal was dran machen, dann ist das Ding im Arsch. Oh, scheiße. Ah, gib Gas. Ja Mensch. Gib Gas. Komm. Geil, geil. Hau ab, Orca. Oh, es ist doch echt zum Kotzen. Das. Ich nehm. Das. Ich nehm. Was hat mich denn jetzt schon wieder erwischt? Verdammte Scheiße, ey. Ja, scheiße. Sag's doch selbst. Oh, was ist jetzt los? Alles schwarz. Es war ne Flashbang. Ist ja voll scheiße. Lass mich mal da rein. Research Center. Schnell. Das Ding. Wieso lande ich dann nicht wieder in der Factory, äh, im Research Center. Ich brauch ne Reparatur. Aber schnell. Oh, es ist doch echt zum Kotzen, dass man diese blöde Raffinerie nicht totkriegt, weil dich immer in irgendeinem Kackdrecks Türger zieht. Tja. Ich hab schon vorhin zwei kaputt gemacht. Also, ne. Ich hab schon vorhin zwei kaputt gemacht. Also, ich hab nicht an der Raffinerie, sondern ab dem Herde. Sieht komisch aus, wie da ein Dodge-Team ist an der Knarre. Komm schon. Ich brauch Erfahrungspunkte. Gib mir Erfahrungspunkte. Gib mir mehr. Gib mir 5.000. Gib mir eine Million. Das wird schon wieder so mordschlecht. Was ist denn das? Oh, Firepower upgrade. Great. Nehmen wir doch gerne. So. Oh. Warfactory. Oh. Das ist ja direkt. Oh. Oh. Das ist ja direkt. Das ist ja direkt. Oh. Die Türrets, ey. Geh mir so auf für Nerven. Hast du irgendwie Probleme damit? Du könnt fast meinen, die halten dich von irgendwas ab. Ja. Die Raffinerie kaputt zu machen. Ach. Bist du noch damit beschäftigt? Die sollten wir. Die sollten wir. Daumen kriegen. Ja. Ich bin damit beschäftigt eine eigene zu bauen. Seit. Ja. Halbe Stunde bald. Also. Innerhalb von 10 Minuten. Sollten wir die Mini Raffinerie daumen kriegen. Oder eine eigene haben. Ansonsten haben wir bald ein Problem. Ja. Da ist schon wieder so. So ein Chuggernaut. Und der läuft schon wieder hinter. Zum DBR, Leon. Gott. Bauen wir schon Türme bitte in den unsere. Rückzug. Oh. Gute Siege überall so. Verdammt. Oh ist das doch schon wieder ein Orca. Ich glaub das nicht. Ja. Ich seh ne. So. Am besten ich geh jetzt mal. Ach weiss ich von den. Alter Scheiße. Ich fang langsam an die Mastreiber zu mögen. Ich treff damit zwar nicht viel außergeschützt Türme aber. Äh. Ne. Ich mach jetzt mal Plasma Cannon und Gunman. Dann bin ich schnell. Kann vielleicht ein paar Mächtes schlachten. Ja schon wieder so scheiß Turrets aufgestellt. Genau und eventuell ein paar Turrets kaputt machen ey. Die sind so nervig. Ja heller. Direkt am Tiberium fällt. Boah macht doch nicht so'n Schaden ey. Und ein Orca. Ein Orca. Und mich. Irgendwas aufsammeln. Irgendwas hier. Ich nehm alles. So. Wo sind jetzt die Turrets? Ja ich weiss nicht. Ich hab zwei oder drei hab ich geklettet. Dann kam diese Orca. Oh oh. Der Orca mag das nicht. Ach der hat. Ja ich hab den Orca mit der Plasma Cannon zerfetzt. Ja ja. Da kommen schon so blaue Strahlen und so rote Strahlen und. Ich glaub ich. Wie ein Atomkraftwerk. Alles strahlt. Boah was das denn. Die Plasma Cannon kriegt keine. Ach doch. Ich wollt schon sagen. Ich dachte schon die kriegt keine Ammo mehr von. Rucksäcken hier. Was zur Hölle. Das ist zum Kotze hin. Was passiert. Hä ich bin an dieser Kiste hängen geblieben. Und dann hat er mich erschießen können. Ja das ist ärgerlich. Oh hier ist ein Sniper. Ja. Mann ey. Sterb doch mal. Gibt's doch nicht ey. Voll mit Plasma Cannon drauf. Also. Tarnung. Ob's anders bringt's ja nicht. Wo ist denn ihre offene Readings? Da steht es. Boah und 3 Turrets direkt daneben. Ah das ist so verloren hier wieder. Weil wir. Diese Kack Raffinerie nicht da und kriegen. Das wird uns in Sudden Death umbringen. Was in 5 Minuten kommt. Der Chuggernaut. Ich kann ihn beschießen. Jetzt nicht mehr. Mann das muss doch möglich sein. Diese blöde Raffinerie loszuwerden. Ich stelle fest. Mast Drive bringt nichts gegen die Artillerie. Ich brauch noch das. Versuch mal was anderes. Und dann noch. Auch. Auch Stealth Trooper. Mein Geld neigt sehr langsam wieder zum Ende. Und noch zweieinhalb tausend. Das ist für mich. So. Ich könnte ja mal Atombiegen hinkleben. Aber ich glaub das wird hier ein bisschen verschwendet. Was? Wo bin ich jetzt gestorben? Ach das hinten stehen auch Türme. Geil. 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 Ja ich kann nicht. Ich hab auch keinen einzigen Mech in dieser Runde gespielt. Also was soll der Mist. Also nicht Ingenieur. Ich will. Mutile Liga. So ich holen wir uns nen Abwehr auf. Kommt. Nein das ist ne Breite zu erlaubt. Du hör gern. Was braucht der denn da für dieses Zeug? Ah lass mich rein. Lass mich halt mal da ran. Lass mich rein jetzt. Ich bin mal verarscht hier. Back to Field baby. Weil ich gleich schon da bin. Ach die haben Insanity ne. Scheiße. Haben die. Insanity Crade. Wie ist das denn? Den Scheiß den sie grad auf uns schießen. Zur Hölle geht nicht. Reparier. Du hast leckt leicht. Eine Framerate mag das nicht. Boah was fangen die denn hier für Caches in unserem Tunnel aufgebaut. Ist übel ne. Ich glaub das ist uns gleich überlegt. Ja die haben allein schon wenig Geld was die haben. Es hört auf hier alles zu beschießen. Ich kanns kaum so schnell reparieren. Lass mich mal da rein hier. Eine Aufregung hier. Reparier. Reparier du Sau. Reparier. Hier ich bin Major. Komm schon. Nein. Wir bauen hier ein Stacheldraht. Bin ich. Achso. Komm schon. So kann ich das Ding jetzt nicht mehr reparieren. Ich kann das Research Center nicht mehr reparieren. Boah wo sind die Minen jetzt? Die Stacheldraht ist scheiße. Er verhindert dass ich das Research Ding reparieren kann. Geht nochmal. Toll wenn man Stacheldraht direkt davor setzt kann man es nicht mehr reparieren wie geil. He. Echt. Oh. Ja. He. Ihr könnt bei frühen gegnerischen Basen einfach Stacheldraht hinsetzen. Könnt das Zeug jetzt nicht mehr reparieren. Ja. Sollte man sich vielleicht nur merken. Ach. Was ist das ein geiler Grund. Was? Warum? Was denn? Habs nicht gesehen. Was? Der Woot. Was? Ja. Was war denn der Grund? Ah. Was war ich denn jetzt mal? Oh Gott. Oh gefehlt. Vielleicht werden wir schon wieder Test da an. Ach. Was ist denn da schon wieder? Der. Äh. Ja ja hier gehts nicht rein. Oh der ist schon wieder einer einbringend. Hier gehts direkt so hin. Hier gehts wieder. Into the death. Dank für unseren Bracken wir schädig. Oh. Kann man das Zeug jetzt einfach von außen reparieren. Wäre doch viel geiler. Ich hasse das neue Beauty-Geil-Menü. So verwehrend. Das funktioniert doch nicht so hundertprozentig. So. Los gehts. Das ist einer von uns. Dann töten wir den mal nicht. Lassen wir ihn ausnahmsweise mal leben. Oh. Die Raffinerie. Die Raffinerie. Die Raffinerie hat C4-Problem. Ah. Verpiss dich du. Verpiss dich. Was passiert jetzt? Eine Raffinerie ist C4-Problem. Ne. Oder oder denn ihre Mini-Raffinerie? Ah. Scheiße ey. Was geht denn jetzt ab? Jetzt ist Shutten-Death-Modus an. Das heißt? Jetzt können wir nicht. Jetzt können wir nicht mehr reparieren. Ach. Diese Scheiße. Und alle. Und alle haben einmalig ne Beacon bekommen. Echt? Cool. Und es wurde auch schon ordentlich was gelegt bei uns. Toll. Oh. Wie schaffe ich das Zeug? Techniker oder der Militians-Expert. Ah. Okay. Okay. Obelisk deaktiviert. Gesichert. Oh. Die haben das so verschissen. Scheiße. Schafft man auch. Keine Sorge. Scheiße. In der Sandsäcke hingelegt. Da bin ich nicht mehr ran drum. Komm. Gib nach. Oh. Wie glänzt das Scheiß-Sandsäcke auf. Die Sandsäcke halten. Das ist mir was aus. Das ist ja gar kein C4. Das hat einer von uns gelegt. Toll. Mastgreife. Oh. Ich bin so verkackt ey. Bisschen. Wir haben das langsamerika warm. Ja weil die das Geld auch hatten. Na ja, dann hat's jetzt die ganze Luft. Deswegen sag ich, wir müssen die raffinerie down kriegen. Und genau das haben wir nicht gepackt. Ach, das täuscht. Das ist ein Ding. Hallo. Super Shotgun. Das war nämlich genau der Punkt, warum ich sagte, die Raffinerie muss down. Ich will auch noch mal wen mitspielen. So. So. Ah, hau ab, Mann. So. Ich will noch nen Titan kaufen. Dann kann man da noch ein paar Mächs loswerden hier. Lass mich doch da los hier. Ah, der ist doch auch freundlicher. Weg, geh weg. Also der Juggernaut hält nicht so viel aus, ne? Naja, 5000 health. Ja, die waren eben sehr schnell weg. Ich hab keine Kohle mehr, toll. Aber nicht mehr viel. Oh, scheiße, ey. Jetzt wird's echt eng. Ich blink. Oh, Repairfessel ist auch schon weg. Scheiße. Gut. Ich lebe noch, ihr Noobs. Oh, da ist auch noch ein Kegenturm. Okay, jetzt bin ich tot. Oh, das hat mich schon wieder in der Plasma Cannon. Scheiße. Oh, ich dachte, er wär weg. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Toll. Vielleicht schaffen wir noch nen Kill. Ich bin tot. Pfff. Man stirbt doch, ey. Hab ich die Kill bekommen? Nein. Ich bin tot. Oh, das wäre was vernichtet worden. Das ist toll. Freut mich. Da ist drin. Nicht. Das gibt's nicht. Ach, das ist sinnlos. Hey, ich hab noch 50 Erfahrungspunkte für irgendwas bekommen. Wie viele Kills hab ich denn? Minus ein Frack. Gott, bin ich episch. Gott. Das hat was. Das ist bitter. Bitter. Was sagt die Uhr? Die sagt Phil nach elf. Ja, dann werd ich so langsam mal Feierabend machen, weil... die ja morgen wieder arbeiten. Ach ja. Naja. Ist ja schon wieder Montag. Aber die Map schauen wir noch kurz an. So viel Zeit muss halt. Die kennst du aus dem Video. Die hatte ich in dem Gameplay Video ja gespielt. Also. Gut. 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 Ich weiß nicht, wo ich gespielt hab. Da bin ich voll in den Raketentürmer reingelaufen. Keine Ahnung gehabt, was das überhaupt war. Ja. Dort bin ich schnell. Ich lass mich durch nichts aufhalten. Oh, da fliegt ein Orca rum. Obwohl ich mal so erwähnt hab. Oh, hallo Obelisk. Hey, riftst du mich da? Nein. Cool, wenn hinter dem Schild steht rift, nein, ne. Okay. Wir haben wieder einiges gelernt. Joa, das war's dann von mir, du. Joa. Ich lass dich auch noch ein wenig laufen, ne. Ich lass mich rechnen an, lass mich die ganze Nacht laufen. Und wie ich nur so dodge Dio nix mache. Egal, das war's. Auf Wiedersehen. Ejo.